Hallo, hier wie versprochen das Video mit den Ausschnitten der Interviews und Gespräche während der Reise im Literaturzug der Kronprinzessin Mette Marit durch Norwegen. Unser erstes Interview ist mit dem 1941 geborenen und mehrfach ausgezeichneten Autor Dag Sulstak gewesen, in einem Hotel in Mandal. Er hat rund 30 Bücher bisher veröffentlicht in über 50 Jahren, soweit ich weiß. Gibt es irgendein Buch, das für ihn einen besonderen Stellenwert hat von den Büchern, die er geschrieben hat und warum? 18 der 30 veröffentlichten Bücher sind Romane und diese sind ihm besonders wichtig, also die Fiktion. Allerdings kann er uns nicht sagen, welcher seiner Romane sein Liebster ist, genauso wenig wie eine Mutter ihr Lieblingskind nennen kann. Seine Figuren sind meist Männer mittleren Alters, die in eine Krise geraten. Auf die Frage, wie viel von ihm selbst in seinen Figuren steckt, hat Dag Sulstak geantwortet, dass die Figuren nicht er selbst sind, aber auch keine Fremden. Da er sie erfunden hat, sind sie ein Teil von ihm, aber nicht er selbst. Das Buch entsteht im Schreibprozess. Im Schreibprozess. Er hat also nur eine Grundidee, einen Grundgedanken und fängt an zu schreiben und dadurch entwickelt sich der ganze Roman. Da er hat eine grüne Idee, so öde sich, hat er einen Roman? Ja. Hat man einen Satz geschrieben, hatte man eigentlich schon das ganze Buch geschrieben, so Dag Sulstak. Nur das Ende bleibt offen und entwickelt sich während des Schreibprozesses. Beim Schreiben vertraut er seiner Arbeitsweise, seinem Kopf und seinem Bauchgefühl. Es kann aber auch öfter vorkommen, dass 40, 50 Seiten auf einen Schlag verworfen werden, wenn er glaubt, dass es so nicht funktioniert. Norwegen ist 2019 Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Konkrete Pläne auf die Frankfurter Buchmesse zu fahren, hat Dag Sulstak aber nicht. Sie ist ihm zu kommerziell. Er bevorzugt andere Orte und Möglichkeiten, um seine Bücher zu präsentieren. Es kann aber sein, dass sein Verlag größeres Interesse daran hat, ihn dort zu sehen. Super. Ja, vielen Dank. Tschüss, Tag. Mange Tag. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Das ist ein langer Tag. Ja. Ja, ich bin sehr schön. Oh, ich bin energisiert von diesen Truppen. Ich bin mit Menschen über das Thema, das die Dinge, die ich mich vermute, und das ist Literatur. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Literaturfestival auf dem Weg zu haben. Und dann gehen wir nach Norwegen und sprechen mit Menschen über was sie leiden, und warum Literatur ist so wichtig. Was hat dich ein interessanter Reader gemacht? Und warum ist es so wichtig, dass es so wichtig, die Reading- und Bücher zu erinnern? Oh, I started reading when I was there very young, my mother used to read for me, she used to read Norwegian, a lot of Norwegian children's authors, we used to read A Thousand and One Nights, we used to read Asterlingren a lot, so I was fortunate enough to come into this literary world where things in your daily life disappear and you can dream and you can, it opens this entirely new universe and you have characters and when you're little they become friends and they become allies in growing up and I think that's one of the most wonderful things what literature can do to a childhood and an adult, you know, transitioning into an adulthood is the fact that you always have friends who follow you and experience the same things as you do. I had friends in Mongolia and in England and in America just because I read and that has meant so much in my life and I wanted to give that gift on to young readers today and that's why I always try to bring young readers also into the experience when we go on this train and talk to them about what they read and why they read and why it's important to read. What was the first book you read by yourself that wasn't read by your mother but that you really read? Oh, I can't remember. I think Astrid Lindgren has been incredibly important, the Weinhardt brothers has been incredibly important in my life and also Norwegian fairy tales that has a very strong connection to our Norwegian culture obviously like it does in most countries. But one of the first books I really remember reading myself and I was incredibly passionate about it's a book about an English girl that gets a pen friend in Mongolia and the pen friend in Mongolia is very passionate about horses and it's called The Black Horse or something. And I used to read that and I remember that I wanted to start learning to ride and I wanted to be best friends with a horse and I remember, you know, getting to know the Mongolian landscape and the very special landscape that's in Mongolia and the culture around horses in Mongolia. So I think that's one of the first travels I did to my books and that's why I've always wanted to go to Mongolia but I've never been there so that's on my list of things and places I want to travel. On a horseback. On a horseback. For sure I'm talking to do a horseback now but we'll see, yes. Can you tell me what the Mandahl means for you in your birth and when you were small? Did you travel here to Mandahl from Kristiansand? Yes. Did you watch here at all? Yes, we went to Mandahl a lot but also as a literary city, Kjellar Skilsen is obviously from Mandahl and Kjellar Skilsen is obviously one of the most important writers we've had in Norway. His universe is very special too, especially to a lot of Norwegian writers also. And this is Kjellar Skilsen Plus. There's a line from one of his books here. We're standing next to his signature. Dag Solsta as well. He had or has a very close friendship with Kjellar Skilsen and they've been literary comrades for many, many years. So that's also special about manga. At the end of the discussion you seem to be quite moved. Taking part in the conversation made me very moved today. I think often in life we tend to talk about things on a very superficial level. But I think the conversation today showed that maybe we sometimes should take a step back and go away from the superficial and go really deeper into the conversation and talk about life and literature and what it means to us. And I think that's why I was very moved. And I was also very touched by the conversation between two people who have worked together for such a long time and the way they were in a way able to show their respect for each other. And I think that made me a lot. In Eggersund trafen wir die Autorin Monika Isakstuen. Ihr Buch Elternteile erschien dieses Jahr auf Deutsch. Was braucht es für euch, dass es in Dänemark produziert wird? Das ist großartig. Das ist die erste Mal. Mein Buch wird von so vielen neuen Reitern gelesen. Das ist wirklich großartig. Elternteile erschien außerdem in Schweden, wird im Herbst in Dänemark herauskommen, dann in Bulgarien und Albanien. In Elternteile geht es um die Scheidung von Karin und ihrem Mann. Sie versuchen alles vernünftig zu regeln. Auch das Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter, die abwechselnd jede Woche bei ihrer Mutter oder ihrem Vater ist. Doch das ist nicht das einzige, womit sich Karin auseinandersetzen muss. Viele essentielle Fragen beschäftigen sie. Elternteile seien nicht wirklich autobiografisch, aber... Ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich die Erfahrung selbst nicht hätte. Mein älterer Sohn hier lebt jedes Wochenende in meinem Haus und seinem Vater. Und wie alt ist der Sohn? Er ist sieben Jahre alt. Die Art, wie Monika Isakstuen die Geschichte schreibt, fand ich sehr interessant. Mit wenigen Worten und auf ungewöhnliche Weise werden die Gefühle und die Konflikte der Protagonistin dargestellt. In ihrer Rolle als Mutter, Exfrau, Tochter, Schwester und im Versuch sie selbst zu sein. Folgendes wird oft im Buch wiederholt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist kein Wettkampf, aber ich will ihn gewinnen. Am Anfang, so sagte ich ihr, war ich mir sicher, dass es um den Wettkampf mit ihrem Mann geht, aber... Further, in dem Buch, ich versuchte, ob sie viel mehr bedeutet, als nur die Konflikte mit ihrem Ex-Husband, über ihre Kindheit. Würdest du sagen, etwas über das? Oder lasst du es dem Reader? Oh, das war... Ich glaube, es war ziemlich wunderschön. Ich glaube, ich habe es nicht mehr gedacht, als die Konflikte zwischen ihr und der Ex-Husband. Aber es könnte auch in anderen Teilen ihrer Leben sein sein. Ja. Especially, nach dem Ende des Buches, ich dachte, sie hat viele Konflikte, sie versucht, sich selbst herauszufinden. Also, vielleicht ist sie, in einigen Fällen, auch in einer Konflikation mit ihr selbst, versucht, sich selbst zu sein und zu treffen, die anderen von ihr haben, aber nicht zu lassen, sie sich demodeln. Ja, ich denke, das ist eine gute Antwort auf deine Frage. Elternteile besteht aus sehr kurzen Kapiteln. Warum hast du das Buch so strukturiert? Weil ich kleine Kinder habe. Ich habe Zeit, um zu schreiben. Ja, das klingt wie ein Lachen, aber es ist auch ziemlich wahr. Also, ich musste einen Weg finden, um zu schreiben, in einer halben Stunde, zwei Stunden oder vielleicht 50 Minuten hier und da. Das Kind von Schrift kam mir als das beste Weg, um es zu machen, weil ich nur zu spüren, um zu schreiben, Gedanken, historien und zusammenzunehmen, um ein Thema, nicht um eine Geschichte. Ich liebe es zu erzählen. Ich liebe es zu erzählen. Ich liebe es zu schreiben, die Leute zu kommen und aus den Räumen und zu erklären, wie sie auf diese Dresse oder was. Das Kind von Literatur interessiert mich nicht. Ich möchte es auch nicht schreiben. Also, ich wollte etwas machen, das fühlt sich richtig und refreshing. Es ist ziemlich refreshing für mich, das zu schreiben. Und ich kann es schreiben für eine halbe Stunde und dann... Okay, das war's. Okay, das war's. I read that your book is used in counseling for a lot, in family counseling. Yeah. Did you expect that? No, not at all. I make a lot of jokes in the book with their, you know, their constructive language. Are you working on a new book currently? Yeah. I'm trying to find out now, if it's coming out this autumn or not. So it's almost finished. Yeah. Thank you. Thank you very much. Dann ging es ab Stavanger auf Bootstour Richtung Lisefjord mit den Autoren Justein Garda und Karl Frode Tiller und der Kronprinzessin Mette Marit. Justein Garda hat selbstverständlich über sein weltbekanntes Buch Sophies Welt gesprochen. Er hatte das Buch in drei Monaten geschrieben und dafür 15 Stunden am Tag gearbeitet. Heute würde er dem Buch einen anderen Titel geben und würde auch die östliche Philosophie einbeziehen. Sein Buch 2084 Noras Welt erschien über 20 Jahre später, ist aber als Ergänzung, Weiterführung zu Sophies Welt zu verstehen. Darin stehen die Themen Umwelt, Klimawandel und Moral im Vordergrund, wie der Titel verrät, im Hinblick auf die Zukunft. Justein Garda hat übrigens alle Länder bereist, in denen seine Bücher erschienen sind. Das heißt, er hat 60 Länder besucht. Es gibt 1100 verschiedene Ausgaben seiner Bücher und er besitzt ein Exemplar von allen Ausgaben. Diesen Herbst erscheint in Norwegen sein neues Buch Akkurat passe. Dann gab es noch einen Pressetermin mit der Kronprinzessin Mette Marit. Die erste Frage war, welches Buch sie am meisten beeinflusst hat. In meinem Leben? In dein Leben? In dein Leben? In dein Leben? Ich denke, dass es viele Bücher in meinem Leben gibt. Ich denke, dass diese Träne und Bote sind jetzt ein Testament zu den vielen Bücher, die in meinem Leben beeinflusst hat. Ich denke, es ist eine große Ehre und Freude für mich zu haben, Jürgen Gora hier mit mir und Karl Pultillow. Ich denke, es sind auch die Norwegian-Writerinnen, die in meinem Leben sehr unterschiedlich sind. Ich denke, ich bin besonders stolz. Danke. Fähig! Wenn du ihn zum Beispiel für den Interviewsturen anstelltest? Ja. Wir haben immer ein Wettbewerb im Jahr konkret, zu uns nennen und sprechen bei seinen Wörtern, die wir gerne haben. Und natürlich einige Leute, die ich wie zu mir selber nicht mache, die wir machen. Aber ich fühle mich dieses Jahr sehr glücklich. Und ich habe auch viele Schichter die mich Elleutschen zu haben. Und ich fühle mich auf molto gewöhnt, dass ich dieses Arbeit mache. Die folgende Frage bezieht sich auf den Aufsatz, den die Kronprinzessin in der neunten Klasse geschrieben und während einer Veranstaltung am Vortag vorgelesen hatte. Das Thema, ein normaler Tag. Es war interessant, dass die Bücher so wichtig waren, dass ich es in einem normalen Tag erwähnt habe. Das war sehr interessant für mich. Aber ich muss sagen, dass Norway jetzt die Hauptstadt in Frankfurt ist für 2019. Ich bin sehr stolz von den Autoren-Norweg und ich freue mich zu sehen, dass viele Autoren-Norweg-Norweg werden in Englisch und Englisch getrennt. Ich denke, in jeder Land ist es eine Ehre zu beinvitten in Frankfurt. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, viele Autoren und Publisher in Norway sind eine Möglichkeit, zu bekommen viele von den Wörtern, die wir in Norway haben, zu bekommen. Welche Buch hast du mehr als eine? Amongst andere, Justein God of Sofie's World. Half. Ja, ich habe ihn zumindest drei oder vier Mal, aber ich glaube, es gibt so viele Bücher. Ich denke, ein Bücher wird immer etwas anders sein. Wenn du ihn an einer anderen Stelle in deinem Leben wirst, der Bücher wird neu, weil du verschiedene Dinge in der Bücher mit deinem Leben verhältst. Und ich denke, der Bücher von Falkor und Tillö, ist jetzt einer der Bücher, weil ich es nicht wollte, ich wollte es an einer anderen Ähnung, als ich jetzt bin. Ich denke, ich hätte es nicht können, in der Weise, wie ich es lese, als eine 24-jährige Frau. Ob sie weiß, wie viele Bücher sie übersetzt? Ich habe keine Ahnung. Viele, viele. Ja, viele. Du gehst manchmal zur Kassel-Library? Ja, ich mache viel Arbeit mit der Bücher. Du kennst sie auf der Train? Du kennst sie? Ja, sie ist fantastisch. Aber ich habe sie immer zu kommen und organisieren meine Bücher, meine eigene Bücher für mich, um Hilfe zu organisieren. Aber ich fühle mich sehr froh. Wir haben so viele Bücher in der Bücher. Und die Bücher und die Train? Die Bibel ist die Train. Die Dijkman-Library in Oslo hat uns mit vielen Büchern aber es gibt auch nur meine Bücher. Ja, das stimmt. Und ich denke, das macht es sehr speziell für mich, diese Bücher zu bringen. Dann folgte das Gespräch der Kronprinzessin Mette Marit mit dem Autor Karl Frode Tiller. Sie haben über sein neues Buch Beginnheitser gesprochen. Darin erzählt Tiller die Geschichte des Protagonisten rückwärts. Es beginnt mit dem Selbstmord der Figur und geht von dort zurück bis zu seiner Kindheit. Neben Suizid geht es in dem Buch auch um Depressionen und um einen Mann, der, ohne es zu wollen, viel Schaden anrichtet. Innerlich und in seiner Umgebung. An dieser Stelle werde ich nicht mehr über den Inhalt des Romans verraten, der übrigens im nächsten Frühjahr unter dem Titel Der Beginn auf Deutsch erscheinen wird und ursprünglich ein Theaterstück werden sollte. Karl Frode Tiller hat drei Jahre an diesem Buch gearbeitet und bezeichnet sich als langsamen Autor, jedoch mit einer hohen Arbeitsmoral und festen Arbeitszeiten. Das waren sie, die Zusammenschnitte der Gespräche und Interviews in Norwegen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und mache an dieser Stelle noch ganz schnell darauf aufmerksam, dass das liebe Norla-Team, ihr habt die drei im vorherigen Video gesehen, mir auf meine Bitte norwegische Bücher empfohlen hatte. Diese möchte ich natürlich mit den Interessierten teilen. Schaut dafür einfach in die Infobox, dort habe ich sie euch aufgeschrieben. Und dann wünsche ich euch schöne und sonnige Lesestunden. Bis bald!